Hi, hier ist der Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in WPS-Sprecheats ein Haushaltsbuch erstellen könnt. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwierig, also wir benutzen hier wirklich ganz, ganz wenig Formeln, aber ihr könnt natürlich das Haushaltsbuch auch wieder von meiner Webseite herunterladen. Aber bevor ihr jetzt das Video verlasst, bitte unbedingt einen Daumen hoch hinterlassen, denn ihr wisst ja, YouTube bewertet Videos nicht so toll, wenn die halt nur kurz angeschaut werden. Starten wir am besten auch gleich mal durch. Als erstes werde ich hier mal eine Überschrift vergeben, ich schreibe einfach mal Haushaltsbuch rüber. Und dann gibt es ja noch drei Bereiche, sage ich mal, ihr könnt natürlich noch mehr eintragen, aber es gibt ja den Einnahmenbereich, es gibt den Ausgabenbereich und ganz zum Schluss so ein Bereich mit Rest, also das, was im Prinzip übrig bleibt. Ich trage das mal direkt hier ein, ich schreibe einfach mal Einnahmen und ein paar Zeilen tiefer, einfach mal Ausgaben, da noch eine Zeile tiefer, Ausgaben, so. Und ganz unten schreibe ich einfach mal Rest, so. Bei den Einnahmen haben wir sowas wie zum Beispiel Gehalt, Nebenjob meinetwegen, Kindergeld. Und bei den Ausgaben, na gut, da haben wir natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und zwar gibt es ja sowas wie Miete, Strom, Heizkosten, Internet, Auto. So, und ihr seht schon, das wird ein bisschen eng und das Coole ist, dann seht ihr nämlich auch gleich, was man machen muss, wenn der Platz einfach zu gering ist. Das heißt, ich mache das erstmal ein bisschen kleiner hier über das Minus-Symbol und werde jetzt hier einfach noch ein paar Zeilen einfügen. Das heißt, über die Zeilennummerierung hier wähle ich mir einfach mal so zwei, drei, Spalten wollte ich gerade sagen, Zeilen aus. Mit der rechten Maustaste einfach da reinklicken und dann einfügen. Hier könnt ihr übrigens nochmal die Zeilen feiern, falls ihr doch noch mehr einfügen wollt. Ich klicke auf Einfügen, zack, ihr seht, Rest wandert nach unten. Und jetzt könnt ihr das zum Beispiel so machen. Ihr seht ja, ich habe jetzt ein paar Einträge gemacht. Und Auto, kann ja sein, dass ihr das noch unterteilen wollt. Kann ja sein, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, Auto, da gibt es ja Benzin, da gibt es Werkstattkosten, TÜV, bla bla, diese ganzen Sachen. Wenn ihr so eine Sachen auch noch unterteilen wollt, dann schreibt das doch daneben zum Beispiel. Dann schreibt hier zum Beispiel Werkstatt, Benzin und so weiter. Dann müsst ihr allerdings gleich den ganzen Bereich ein bisschen nach rechts verschieben. Also wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Einnahmen und Ausgaben kommen. Aber auf diese Art könntet ihr das zum Beispiel noch so ein bisschen gruppieren. Ich werde hier noch etwas eintragen und zwar Rundfunk zum Beispiel. Und das sollte es erstmal gewesen sein. Ich werde auch hier nochmal eine Zeile einfügen. Ich denke hier, ist glaube ich besser, wenn wir noch ein bisschen Platz lassen. Einfach hier reingeklickt mit der rechten Maustaste, Einfügen gewählt, zack und dann haben wir hier auch noch ein bisschen mehr Platz. Was wir noch brauchen, sind natürlich die Monatsangaben. Und je nachdem, ob ihr jetzt noch so eine Untergruppierung habt fürs Auto und so weiter, fangt ihr dann halt ein bisschen weiter rechts an. Ich fange hier direkt an und schreibe einfach mal Januar rüber. In meiner Version ist es noch nicht möglich, jetzt hier einfach über den Anfasser das Ganze nach rechts zu ziehen. An der englischen Sprache schon. Vielleicht kommt das in Zukunft. Vielleicht geht das auch bei euch schon. Checkt das einfach mal. Probiert mal hier über den kleinen Anfasser, hier mit der linken gedrückten Maustaste das Ganze rüber zu ziehen. Vielleicht geht es schon bei euch. Ich muss das jetzt erstmal noch händisch machen. Und damit ihr euch nicht langweilt, mache ich das relativ schnell. Ich habe das jetzt erstmal nur bis Juli gemacht. Ich denke mal, das reicht auch erstmal, um das zu demonstrieren. Ihr selber könnt das natürlich jetzt noch ein bisschen weiterführen bis Dezember. Und ich werde jetzt hier mal einen Doppelklick ausführen. Und zwar, damit die Spaltenbreite optimal eingestellt wird. Einfach hier zwischen einfach einen Doppelklick ausführen. Dann seht ihr, passt das ganz genau. Bei Gehalt trage ich jetzt erstmal was ein. 2000 meinetwegen, meinetwegen 400, Kindergeld 120 oder so. Und hier können wir zum Beispiel, wenn wir wollen, das Ganze auch nach rechts kopieren. Die meisten Sachen werden vielleicht gleich bleiben oder vielleicht sich auch nur ganz, ganz wenig ändern. Aber im Prinzip könnten wir das jetzt hier so nehmen. Das Ganze hier über die Startseite seht ihr hier schon das Symbol kopieren zum Beispiel oder STRG-C zum Beispiel benutzen und dann hier den Bereich auswählen und dann auf Einfügen klicken. Und zwar will ich nur die Werte haben. Das heißt, ich klicke hier einfach mal rauf und wähle mir Werte aus. Zack, automatisch wird genau das eingetragen, was ich hier gerade ausgewählt habe. Und das passt. Für den Nebenjob kann man natürlich noch ein paar Anpassungen vornehmen. Kann ja sein, dass da ein paar Sachen immer gleich bleiben. Hier trage ich zum Beispiel mal 230 ein. Und hier meinetwegen 300. Damit wir auch gleich mal sehen, dass sich da ein paar Daten halt auch, wenn wir das zusammenrechnen, ändern. Den Rest lasse ich erst mal so und dann kommen natürlich die Ausgaben. Und hier trage ich auch erst mal 400 ein meinetwegen. Strom 80, also ich verbrauche ziemlich viel. Ja, auch wegen mehrere Computer und so weiter. Hier ist richtig was los manchmal. Dann Heizkosten 50 Euro meinetwegen. Internet, ja ist bei mir auch nicht so billig, aber ich trage hier trotzdem mal 40 Euro ein. Auto trage ich mal 50 Euro ein. Bei mir ist das wirklich nicht ganz so viel, aber ich trage trotzdem mal 120 ein. Dann kommen ja doch noch ein paar Sachen mit dazu. Und Rundfunk meinetwegen 15 Euro. Ich drücke Enter und auch das werde ich jetzt kopieren. Ihr habt ja gerade gesehen, einfach den Bereich markieren, dann auf Kopieren gehen, dann den anderen Bereich auswählen, wo ihr das einfügen wollt. Und dann zum Beispiel entweder mit STRG-V oder CTRL-V das Ganze einfügen. Oder eben, wenn ihr nur die Werte haben wollt, genau das hier. Wir werden jetzt das erste Mal die Sachen zusammenrechnen. Das heißt, das ist wirklich total easy. Und ihr seht, wir haben noch diesen Laufrahmen. Wenn ihr die ESC-Taste drückt, dann ist das natürlich weg. Und zwar, ihr seht ja, wir haben ja jetzt hier unsere Einnahmen für Januar. Und ich werde einfach mal hier die Sachen zusammenrechnen. Und das geht wirklich sehr, sehr einfach. Ihr könnt natürlich das Summen-Symbol benutzen. Das ist das hier, also Autosumme. Aber ich mache das meistens alles immer händisch. Also ich trage die Formeln am liebsten gleich direkt ein, weil ich bin eh schon hier in der Zelle. Und dann brauche ich die Maus nicht anfassen, dann hier raufklicken, sondern kann direkt eintragen. Und zwar ein Gleichheitszeichen und dann die Formel Summe. Die Formel Summe, oder besser gesagt, die Funktion Summe, ist dazu da, Sachen zu summieren. Das heißt, nach der geöffneten Klammer kann ich direkt den Bereich auswählen, den ich summieren will. Das heißt, jetzt muss ich doch die Maus nehmen und wähle den Bereich aus, der summiert werden soll. Ich nehme auch noch eine Zeile mehr mit. Und ihr seht, hier wird eingetragen C4 bis C7. Und das sind halt die Koordinaten oder der Bezug zu diesem Bereich C4 bis C7. Das ist ein relativer Bezug. Wer sich damit nicht auskennt, ihr kennt mich, ich wiederhole mich gerne. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, relative und absolute Bezüge, gerade zum Kopieren von Formeln. Ihr seht, ich habe nichts weiter gemacht, als ein Gleichheitszeichen einzutragen, damit die Funktion hier hinter direkt ausgeführt wird. Dann der Funktionsname Summe, der etwas summiert. Und dann einfach nur den Bereich innerhalb der Klammern. Jetzt noch eine schließende Klammer für Summe. Und wenn ich jetzt Enter drücke, wird das summiert. Dadurch, dass ich jetzt einen relativen Bezug genommen habe, ich zeige das nochmal ganz kurz, ohne Dollarzeichen. Ihr seht, wenn hier ein Dollarzeichen drin ist, dann wird hier irgendetwas festgenagelt, sozusagen, auf einen bestimmten Bereich. Entweder auf die Spalte oder die Zeile und so weiter. Aber hier sind keine drin. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier über den kleinen Anfasser rüber ziehe, passt sich das automatisch der Zellposition an und stimmt überall. Ihr seht, hier habe ich ja ein bisschen weniger genommen. Also passt das. Und wenn ich hier doppelt draufklicke, dann seht ihr, auf welchen Bereich sich das bezieht. Das gleiche hier. Und wie ihr seht, total easy. Das gleiche mache ich hier unten. Und zwar werde ich das hier machen. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein. Dann wieder den Funktionsnamen, Summe, Klammer auf. Der Bereich ausgewählt, nach der geöffneten Klammer, einfach hier aufziehen. Dann die schließende Klammer wieder. Und dann seht ihr ein Gleichheitszeichen, damit die Funktion direkt ausgeführt wird. Der Funktionsname, Summe und in Klammern dann der Bereich, den wir summieren wollen. Ihr seht hier übrigens die Anfasser. Die könnt ihr natürlich auch verändern. Falls ihr doch noch ein bisschen mehr Platz habt oder nicht alles ausgewählt habt, dann seht ihr hier, könnt ihr zum Beispiel drüber das Ganze auch nochmal steuern. C11 bis C16 wurde eingetragen. C11 bis C16. Der Doppelpunkt, wie gesagt, nur dafür da, um zu kennzeichnen, dass es ein Bereich ist. Ich drücke Enter. Und ihr habt ja gesehen, das ist auch wieder nur ein relativer Bezug. Das heißt, wenn ich das Ganze hier über den Anfasser rüberziehe, passt sich das wieder der Zellposition an. Und damit ihr auch seht, dass sich das immer gleich aktualisiert, werde ich einfach mal die Autokosten hier mal so ein bisschen anpassen. Hier bin ich mal ein bisschen weiter gefahren. Hier bin ich noch weiter gefahren, mal in Urlaub und so weiter. Und ihr seht, automatisch passt sich das hier an. Um den Rest jetzt hier zu berechnen, auch ganz easy, einfach in diese Zelle klicken. Dann ein Gleichheitszeichen. Und was müssen wir machen, um jetzt den Rest zu berechnen? Klar, wir müssen die Einnahmen nehmen und müssen sozusagen die Ausgaben davon abziehen. Das heißt, ich klicke jetzt in diese Zelle, Einnahmen für den Januar sozusagen, also Zelle C8. Und das Ganze dann minus die Ausgaben von dem Januar. Das heißt, das ist dieser hier, dieser Bereich, einfach hier drauf geklickt. Und ihr seht C8 minus C18. C8 minus C18. Die Werte werden ausgelesen sozusagen. Und wenn ich jetzt Enter drücke, zack, bekommen wir 1815 raus. Das heißt, es ist eine Menge Geld, was übrig bleibt. Aber ihr müsst ja noch essen und so weiter. Das könnt ihr auch übrigens hier alles noch eintragen. Also ihr müsstet hier nur noch mehr Zeilen einfügen. Und dann könnt ihr natürlich noch viel, viel weiter machen. Auch das hier ist wieder ein relativer Bezug. Und ich nehme den hier über den kleinen Anfasser, zack, ziehe das Ganze hier rüber. Und ihr seht, auch das passt sich natürlich wieder entsprechend an. Hier seht ihr, bin ich ja ein bisschen weiter gefahren. Deswegen habe ich ja 400 Euro ausgegeben für Sprit und so weiter. Und dementsprechend bleibt hier auch ein bisschen weniger übrig. Was ihr übrigens auch machen könnt, ist zum Beispiel, ihr habt ja gesehen, das ist ja schon relativ simpel eigentlich. Aber ihr könnt ja zum Beispiel auch für das ganze Jahr, wenn ihr zum Beispiel ja noch weitermacht, auch berechnen. Wie viel Gehalt habt ihr jetzt zum Beispiel im Jahr bekommen oder wie viel für den Nebenjob, Kindergeld. Also auf der rechten Seite werde ich jetzt einfach mal das hier zusammenzählen, was sozusagen in einer Zeile ist. Auch total easy. Das mache ich einfach mal hier. Ich gebe hier wieder ein Gleichheitszeichen ein, schreibe Summe, Klammer auf und kann in dem Bereich auswählen, wo ich das zusammenrechnen will. Ihr seht, klar, jetzt geht das nur bis Juli. Also wenn ihr den natürlich auf der rechten Seite weitermacht, müsstet ihr natürlich das Ganze weiter aufziehen. Ihr seht, C4 bis I14 wird eingetragen. Das ist der Bereich halt, Klammer zu, Enter gedrückt, zack und ihr seht 14.000 zumindest jetzt hier für das halbe Jahr. Und auch das ist ein relativer Bezug. Wir können das Ganze hier runterziehen und ich bin mal so frech, ich werde das Ganze bis ganz unten runterziehen. Das passt sich natürlich überall an und überall wo Nullen stehen, ist natürlich die Zeile leer und genau das können wir löschen. Ihr seht ja, wenn ich jetzt hier raufklicke, bezieht sich das auf diesen Bereich. Wenn ich hier raufklicke, bezieht sich das auf diesen Bereich. Das heißt, alles stimmt und ich brauche nur das löschen, was mich sozusagen hier jetzt irgendwo stört, weil hier nichts drin ist. Also wirklich total easy. Zack. Ich werde hier jetzt noch Summe reinschreiben, damit man das auch besser erkennt, was das überhaupt ist. Und hier unten genauso. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie man hier zum Beispiel ein Währungssymbol reinbekommt. In meiner Version ist es noch nicht möglich, zum Beispiel über dieses Währungssymbol hier Euro-Symbole einzutragen. Das heißt, ich mache das auf meine Art und Weise. Ich markiere den ganzen Bereich hier, klicke dann mit der rechten Maustaste hier einfach rein, gehe auf Zellen formatieren und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auf Währung klicken und euch für Deutschland das Ganze raussuchen. Hier, irgendwo ist dann Deutschland Deutsch drin sozusagen und könnt das Währungssymbol dann nehmen. Ich mache das aber auf meine Art und Weise. Das heißt, ich suche mir eine Zahl aus oder Währung. Wie gesagt, sucht euch das aus, was ihr wollt. Gehe dann aber trotzdem auf Benutzerdefiniert. Also ich bleibe mal auf Zahl, weil das, was ihr auswählt hier, wird sozusagen bei Benutzerdefiniert auch mit übertragen. Ihr seht, so sieht das jetzt momentan aus. Wenn ich jetzt hier auf Benutzerdefiniert klicke, dann wird das auch sozusagen übernommen. Klicke ich jetzt zum Beispiel auf Währung, nehme das hier zum Beispiel und Benutzerdefiniert, dann wird das übernommen. Sieht natürlich ein bisschen kryptisch aus, aber ich mache das folgendermaßen. Ich markiere mir das oder wir schmeißen das einfach mal raus. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich schmeiße alles raus, gebe ein Raute-Symbol ein, ein Punkt, das sind sozusagen jetzt gleich die Trennzeichen für Tausenderpunkte, dann nochmal zweimal eine Raute, dann eine Null, dann ein Komma und dann nochmal zwei Nullen. Und ihr seht hier schon in der Vorschau, wie sich das bemerkbar macht. Diese 2.000 Euro, also das, was hier markiert ist, wird hier als Beispiel angezeigt. Und ihr seht, wir haben Tausender-Trennzeichen, ein Komma und zwei Dezimalstellen. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch über die Währung raussuchen und dann Deutsch wählen. Was ich jetzt natürlich noch will, ist natürlich, hätte ich beinahe vergessen, das Euro-Symbol. Ihr könnt ja zum Beispiel entweder in Anführungszeichen, das mache ich mal, entweder Euro reinschreiben, Euro, Anführungszeichen oben, dann sieht das so aus. Oder ihr schreibt halt genau zwischen den Anführungszeichen euer Euro-Symbol rein. Zack. Und ihr seht, so sieht das aus. Ich klicke auf OK, zack. Und ihr seht, automatisch haben wir jetzt überall unsere Zahlen schön formatiert mit Euro-Symbol. Hier drüber schreibe ich jetzt einfach nochmal schnell Gesamt. Und dann werden wir noch ein bisschen formatieren, nicht so viel. Ich denke mal, da werdet ihr garantiert etwas kreativer sein als ich jetzt hier. Aber gut, ich versuche es trotzdem mal. Und zwar werde ich hier diese Zelle erstmal nehmen, ein bisschen Fett machen und natürlich auch eine größere Schriftart wählen. Das heißt, hier drüber können wir die Schriftgröße noch ändern. Ich nehme mal 18. Ja, das passt eigentlich hierfür. Markiere den ganzen Bereich hier und auch den mache ich zum Beispiel Fett. Genauso wie das hier. Einfach markieren. Das können wir gleich mitnehmen. Auch vor Fett klicken. Damit sich das Ganze so ein bisschen abhebt, werde ich das mal so machen. Und ich glaube, das könnte gar nicht so schlecht aussehen. Mal schauen. Und zwar den Bereich einfach markieren und dann wähle ich mal eine andere Hintergrundfarbe. Und zwar so ein ganz leichtes Grau. Das gleiche mache ich hier. Auch ausgewählt. Und nachdem ich etwas ausgewählt habe, bleibt sozusagen die aktuelle Farbe oder die Farbe, die ich gerade ausgewählt habe, hier so hängen. Das heißt, diesmal kann ich direkt darauf klicken. Und das gleiche mache ich hier jetzt nochmal für den Rest. Zack, klicke auch nochmal hier rauf. Und dann sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, ihr könnt ja natürlich wesentlich kreativer sein. Also ich würde wahrscheinlich das hier auch nochmal Fett hier machen und auch die einzelnen Summen und so weiter. Aber ihr habt ja, glaube ich, jetzt gesehen, wie man das Ganze machen kann. Wenn ihr Zellen verbinden wollt übrigens, dann könnt ihr mehrere auswählen. Ich mache das jetzt einfach mal hier für drei Zellen. Ihr seht, das hier sind ja drei getrennte Zellen. Aber ihr könnt zum Beispiel das Ganze hier auswählen und könnt jetzt hier zum Beispiel sagen, Zellen verbinden und zentrieren. Ich klicke hier mal rauf und wenn ihr es trotzdem noch linksbündig haben wollt, könnt ihr auch die verbundene Zelle hier linksbündig anordnen. So, ich denke, das sollte reichen. Das war vielleicht auch schon eine ganze Menge. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.